Hallo meine Lieben, wie ich versprochen habe, schauen wir uns jetzt an, was passiert, wenn man die Rüstungen nicht anstellt und dann den Knopf drückt. Und dazu gehen wir mal ins Rüstungszimmer, ins Ritterzimmer, nennen wir das Ritterzimmer. Wehe dem, der meinen Schlaf stört, das ist ein Schalter, betätigen. Und was passiert jetzt? Ein Gift! Oh, okay. Wir werden vergiftet, wenn wir das machen. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Schaden hat er genommen. Gar nicht so schlimm, hätte schlimmer sein können. Und wenn wir jetzt reingehen, ist die Frage, sprüht das immer noch? Aha, es hat sich beruhigt. Okay. Das war jetzt nicht ganz so aufregend, wie ich dachte. Aber ja, haben wir das auch gesehen. Gut, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich mit was Interessanterem, aber der Vollständigkeit halber haue ich es halt auch in die Playlist. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Like da. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Also abonniert mich, wenn ihr wollt. Und ja, bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.